Ich glaube, der eine mag an dem anderen das, was er selber nicht hat. So die klassische Paarsituation und Hassliebe aus dem Grund, weil wir zoffen uns halt gerne und streiten uns gerne. Das ist ja auch ein Teil unseres Lebensinhalts. Weil ich wusste auch von Anfang an, ich bin ein bisschen zu groß für Snorre. Also habe ich angefangen, so ein bisschen in die Knie zu gehen oder so einen Gang zu entwickeln und auch die Schultern hängen zu lassen. Nicht, dass die dann irgendwie gleich beim ersten Casting sagen, du bist der 173,5, du bist unser Snorre nicht. Und dann habe ich halt eben versucht, über eine Körperlichkeit und auch über die Stimme an die Figur ranzukommen. Walchensee, erster Rudertag, wunderschönes Wetter, um uns herum lauter Surfer. Untertitelung des ZDF, 2020